Aber dieser Preis ist nicht nur für mich. Dieser Preis ist offensichtlich auch eben für die Frauen im Iran, zu denen wir alle schauen. Genau, was ich sagen wollte, wir schauen alle nach Iran, bewundernd für diesen Mut, diese Kraft. Es zeigt uns, wie dumm unser Weltbild war, dass wir dachten, Weiblichkeit ist nur im Westen emanzipiert. Ich danke der Jury. Vielen Dank.